Barsena Gespräch im sechsten Stock. Beide bewohnen hier Wohnungen auf Kosten von Opfer, Blut und Leichen. Die Gespräche finden am Gang statt. Am Gang zwischen Wohnung 1, 2 und 3. Sie zahlen die Miete mit Blutopfer und Leichen, international, woschen über Scheingewerbehandler, Rabilter kurz, EZB Liebherbor, woschen Zilliardengeld, das Zuhaltergeld und Drogen, Gifte und Medikamentengeld wird gleich mitgewoschen. Und wir haben die Barsena Gespräche am Gang. Sie bringen die Täterkreise, namentlich genannt, und Österreich sind sie bekannt und nicht nur Österreich, namentlich genannt, bringen das wörtlich Zitierte der Täterkreise auf den Punkt. Es braucht die Saujuden nicht. Es braucht die Tschuschen nicht. Alle namentlich genannten Täterkreise sind international als Ausländer unterwegs, unterweger, und lassen sich als Ausländer und Flüchtlinge zahlen. Aber es braucht die Tschuschen nicht. Sagt nicht nur die Polizei fürs Fremde, Optik, Grümeyer, Optik, Optik, Grümeyer, Fortin, Opat, Rusitschka Nikitsch, Rauchwaldi, Javanovića Kovacic, Meieroptik. Es braucht die Tschuschen nicht. Aber sie alle tragen die Namen der enteigneten ausländischen Familien. Und gehen in deren Länder oder lassen sich in anderen Staaten als Ausländer mit Opferkinder für mussprostituierte Zwecke und Opfertiere finanzieren. Es braucht auch die Grübel nicht. Sie bestimmen, wer ein unwertes Leben ist. Aber sie vergewaltigen Familienweise, nämlich die, die ein Handicap haben, die werden gleich Familienweise, Familienvisa, mit Fremdzugriff auf alles, was es gibt in der Familie, a Schmuck, Kunstkultur und Goethe, GÖD, da wir zugriffen. Und die Handicaps werden, egal wie alt und woher, vergewaltigt. Für ihre Volta, Borno, Liebe, Herz, Hardcore-Filme. Weit über ein DGM und ein Le Estre-Filmdreh, Pasolini, Musolini, Wilfing, Hitler, Trieba.